gut herzlichen willkommen zurück zu einer weiteren folge ist die tonsuch folge also okay das ist nicht zu schwarz da sehen wir überhaupt kein tun und also hier wieder ein bisschen so am ufer orientieren da sehen wir auch schon ein bisschen was was sehr praktisch ist damit sind die normalen so schnell aus ich glaube dann bei so wie einmal stein abgebaut aber das ist das problem also das ist immer gleich so großartig abbau relativ viele flotte radchen hat weil wir dann so dunkel wird das gleiche sieht was man wirklich abbaut weil selbst mal nach unten bauen hätten wir wahrscheinlich sparen können aber man hat nicht so sehr gesehen auch drauf und trifft aber nicht der schüttel auf dem tag die fronte woche voran machen mag ich mit dem buch alle schnell das sind feinarbeiten die finde ich ganz fein so darum sind nächste die frage ist ja wie wir leben und vollmöglich abbauen da wäre ja schon wieder so ein bisschen hier ein bisschen ein bisschen viel so die frage hat sie brauchen wir also so zehn stecks wirklich schon gerne ich glaube eine eine zahl mit der man arbeiten kann von daher das sind dann sind oder hätten wir es auch sehr tief das ist nicht so geil da werden wir wohl wahrscheinlich erst zurück schwimmen und er so in tierisch und dahinten gehen da gucken wir da wissen da können ich glaube ein fluss rein und dem fluss wird kann man auch relativ gut danach suchen und weil halt nicht zu tief aber gut ich meine hinten aber auch noch ein paar dinger ich habe mal die karten erstmal ab und ja auch mit dem flächeln alter was lieblich äh, da unten ist Sand, ne? ja, darf so gesamt sein aber ich glaube das war Sand, ah doch wow, tut ja voll weh ja genau, hier war Silbersand so oh, ist aber wieder drei Blöcke ich will das ja bloß noch, drei? oh das gibt mir sorry alter warme Rüstung ich habe den 8% Rüstung verloren hei hei also, was ich meine, auf der einen Seite kann man reparieren, so ist es also jetzt nicht so schlimm aber auf der anderen Seite schon ein bisschen Trauer ach ja aber die Bohre halten echt länger als ich dachte einfach so ein mitten in der Wallachei so, hier wird jetzt alles anders zu dunkel, ne? also hier am Berg schon dran vorbei, kann man es gar nicht versuchen ähm ich kombiniere erstmal hier nochmal, aber das dürfen keine Treppe werden ne ne bei weitem nicht aber ich meine, wir haben trotzdem jetzt schon 8 Stacks ja, so wir haben jetzt fast 9 Stacks insgesamt schon, das ist schon ordentlich wenn man könnte man auch echt schon fast so, äh, als Gewinn hinnehmen da weiß man, da weiß man, da weiß man, da weiß man wieder jemand nicht wie man, äh, schrägstlich schreibt äh, hi, hi okay und jetzt ja aha ja, alter warum, 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 die, die Schrifter umso klein aber vielleicht auch besser falls dir irgendwelche Leute irgendwelche komische Sachen reinschreiben so, da hinten geht's das ist ein Fluss das da müsste, da müsste irgendwo ein Fluss sein hauptsächlich eigentlich meine Sichtwerte so niedrig was ist nicht los an meiner Kolm Sören hat das Spiel verlassen irgendwie sieht es nicht nach dem Fluss aus das ist ja ein Fortschritt gut, dann wollen wir einfach mal den Fluss da hinten da müssen wir ja auch wieder auf zu unserem Haus kommen äh, weil das Ding müsste eigentlich genau zu unserer Displayhütte führen geht das Luster irgendwie so war das doch dann können wir gleich mal gucken, ob wir hier auch noch ein bisschen Leben finden nur rein zufällig da ist man schon eben hau soo ja da hat er krass voll gemerkt das war ja mindestens eine viertel Sekunden Verzögerung das geht ja auch nicht ja aber jetzt umschalten vom Bohrer ist ja schön schnell hoch, dann tun wir geschafft ich sehe auch wieder die Fläche auch nö das umschalten wir sterben wir sterben wir sind doch das war bis zu kurz das ist ja noch weiter hol ich jetzt war ein riesiger äh das gehört die ist ganz wir sind der korallen am korallen griff das immer lieber Los, schau nochmal schneller. Kannst doch keinmal erzählen, dass du vier Pferdchen hast. Tobi, hast du Essen für mich? Dankeschön. So ist hier noch mehr, da unten ist es noch nicht. So ist es so dunkel, dass man wieder komplett sieht. Lade wir den Bereich mal bereich sein und bereichern und woanders. Wo ist der am Spawn? Da kann man den Banus nicht sehen. Der Junge ist dort gespawnt. Noch spawniger reagiert er gar nicht. Alles genau, da kommt der Grünzeug. Ich grüße dich einen hin. Nee, abends. Aaaaahhh. Ich bin ja schon. Ich bin ja schon. klar wir müssen wir eigentlich rein theoretisch mittlerweile mehr als genau das ist wie gesagt dieses komisches ding was ich denn so vom haus hinschwingt beschreiben das heißt wir können jetzt hier an land gehen und das können wir hier dann direkt nach hause gehen ich wollte gerade leben essen wollte gerade so ähnlich außer wie das ding hier war okay oha das waren vielleicht doch ein bisschen mann wir es gerade hinreißen lassen hier halt ist ja so schauen aber fast zwölf stecks da ist doch schon mal besser als davor ok die reißbrote bringt scheinbar gar nicht so viel wie die vollkornbrot interessant wieder mein kopfhörer von der batterie so jetzt können wir quasi einmal das ganze leben reinpacken haben wir wieder schön viel das ist doch mal ordentlich 1000 blöcke das ist schon mal nicht schlecht so die 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 bauer packen wir direkt rein hat schon das mit den hv dinge brauchen sie gerade mal eine minute zum aufladen hätte ich schon nicht schlecht ich bin jetzt durchflitzt ich bin die schneller als bei den dingen hier wo die fünf minuten brauchen das ist schon eine echte zeit ersparen ist so du kannst auch alle erst mal hier rein ich brauche gar nicht mehr das ist schon ganz praktisch so schauen ja du kannst da bleiben du kommst doch hoch du kommst doch hoch da packen wir das erstmal auch alles in den lager rein quasi das sieht doch schon besser aus hat das viel verlassen so und fertig das geht doch ratzifazzi ok die beiden brauchen wir eigentlich das andere haus nicht jetzt mal weg aber was ich gerne mal machen würde ist tatsächlich mal den spawn überfallen der geld haben wir hier haben wir ein bisschen scheiße dabei ok so das heißt einmal ab von spawn aber was ihr noch gar nicht gesehen habt darf die beiden häuser von suchen sind quasi weg dafür gibt es hier eine große einkaufsmeile passage das ding haben zwerge und ich gestern einfach mal so hoch gezogen innerhalb von paar stunden es gibt es auch noch nicht so viele leben muss man auch dazu sagen also aktuell gibt es hier in der ersten etage gibt es einen uneingeräumten lebensmittelladen und hier hinten kaffee bereich ansonsten gibt es hier nur zwei schauläden also hier so geräte ausgestellt hat aber hat man nichts kaufen kann die einfach nur so als deko quasi hier drin stehen und ganz oben hat man einen rüstungsladen als andere sagt noch komplett frei wir müssen nicht die fahrstelle nutzen wir können ja auch die treppen und nein das ist kein namensklau weil kdw wird er mit zwei buchstaben also kdw geschrieben kdw und von daher weiß noch was gemeint ist aber kein problem so wo wir es eigentlich hin wollte nämlich das hier also kleiner marktplatz nicht zuerst gebaut hatte ich glaube nicht sogar schon gezeigt warum hat die sachen kaufen kann zum beispiel auch gesagt hier die sachen die wir haben wollen ok kostet 1 halt gleich 50 mein geld heißt wir können gerade mal fünf sachen holen ok ok verstehe verstehe aber übrigens ich habe jetzt sogar ja ein bisschen high level sachen die frage ist die ich mir gerade stelle warum haben wir nur 250 scheine hatten wir nicht mal über 1000 gehabt wir hatten noch mal über 1000 scheine gehabt egal ob wir machen wir brauchen ich brauche ich nehme ein paar ich will einfach alles können wir zurück machen dafür dass wir die dinge gecraftet haben haben wir direkt für den zehnschein bekommen das ist ja interessant so wir holen uns einmal das ist warum das ist warum das ist warum das ist und warum das ist und hier das haben wir das haben wir das haben wir bei den beiden sachen das haben wir glaube auch dass wir glaube auch ja doch müssen wir jeweils beides haben das haben wir auf jeden fall also bräuchte ja trotzdem flugzeug vorbei ich mach krach schlugzeug macht kracht alle machen krach ohne kopfhörer ist die welt echt laut so dich einmal dich einmal warum natürlich erstmal müssen wir müssen eigentlich eigentlich unsere felder umarbeiten damit damit wir dann ein bisschen mehr platz bekommen so viele fälle kann man gar nicht dran wollen wir hier bräuchten hier müssen eigentlich auch alles haben so kaffee haben wir auf jeden fall kaka haben auf jeden fall doch sieht doch so weit gut aus das hier können wir uns auch einmal holen aber auch noch nicht ja und hier sieht man auch schon am preis die sachen sind sehr preiswert weil die sachen kann man nicht kultivieren das heißt das ist wirklich eine erdbeeren kann man einmal einschätzen kann kultivieren und wer das nicht macht selber schuld da muss man halt viel geld zahlen aber bananen und orangen apfel die kann man halt nicht kultivieren von daher muss man jetzt wirklich immer wieder neu kaufen und die menschen sind die europäische preis weiter ja das sollte jürgen w was das hier spinat definitiv mehr felder ju das heißt wir gehen jetzt erst mal zu uns wieder nach haugen und dann gucken wir mal wo wir die ganze scheiße wird einpflanzen das wird das wird eine albtraum also ich kann mit dem kopf da unten im kopf noch von uns was ist er bin ich habe erst mal hier ein bisschen befreundung noch da du nach da du nach da du nach da du da du weg du da und man alle also weil wir brauchen eine freie hand zum arbeiten sonst gibt es ein bisschen problematik ja gut gucken wir mal was davon alles breit haben vielleicht wir haben okay die meine das hat man doch schon gehabt tatsächlich interessant her damit soja bräu das haben wir zwar haben wir aber auch noch gar nicht eingepflanzt ach siehst du was wir auch noch nicht haben fällt mir gerade mal so auf habe ich jetzt vom spawn vollkommen voll übersehen pfeffer , der gute pfeffer pfeffer ddeh..db..db... Hier gibt es nämlich hanf haben wir schon min etc anma schon kommerlich ich habe hier kein pfeffer minstsam habe ich dafür interessant ich habe gar keine pfeffersamen gut da müssen wir die also erst mal später machen das ist interessant okay das war da so ein feld frei lassen frei halten und jetzt mal ganz kurz also erst mal gucken und was wir noch als haben zum familien okay sie sind jetzt noch mal 126 sogar das nicht schlecht soja ach so ich bin ich gerade ein bisschen verwirrt so cool können wir auch einbauen was habe ich denn da jetzt wieder genommen da müsste das hier gewesen sei ne so dann auf jeden fall können wir hier mal kurz ach guck mal das war das das was wir da haben uns am sporn gesehen oder mal das noch mal was anderes jetzt bin ich aber echt ein bisschen kirin kopf hier ist es ist nämlich was anderes das haben wir doch noch nicht so schnell kann man sich hören dann haben wir doch nämlich auch und müssen wir eigentlich alles an neueren sachen haben so minz können wir hier auch ein bisschen was mitnehmen mit eventuell karten bisschen voll ich packe mal alles was nicht zur farming mod gehört manche unten hin so so und einfach verfahren wird gehört da oben hin damit ich hier besser durchblicke wenn mein inventar so das heißt ich packe mal euch jetzt gerade nach unten so und dann nehmen wir noch ein paar minz samen mit und das das haben wir das haben wir das haben wir und das war es eigentlich auch schon hier die haben wir alle schon das ist ja alles bereits unser in unserem bestand vorhanden und hier hinten hat man auch nichts neues genau sagen wir auch schon können wir eigentlich auch kultivieren ja aber war doch oder was wir meinen einzigen so okay das heißt wir brauchen eine heilige scheiße 1 2 3 4 also nur hier also können wir uns gedanklich gleich mal das pfeffer merken und 3 4 5 8 9 16 felder heilige scheiße das wird heftig holy moly ich habe keine ahnung wie wir das machen wollen so viele felder a haben wir gar nicht und b könnten wir sie nicht mal anbauen vor allem wir brauchen noch ein paar mehr felder wir haben hier vorne bereits ein paar sachen die auch neu dazu gekommen sind ja wir müssen hier definitiv anbauen also das geht ja mal gar nicht da bin ich ja so gar kein freund von ich meine wir haben noch platz auf jeden fall aber ich meine wie gesagt noch vier doppelfelder also vier solche solche dinger hier und das wäre dann ja fast über die gesamte fläche bis hier vorne also wirklich bis zum weg ran das gesamte gebiet was eigentlich gar nicht so schlimm klingt wenn man nachdenkt man ist ja sowieso fast karl gebiet das wird eine aktion ach du scheiße was brauchen wir alles irgendwie war mit sich ja gerade ein bisschen vor ok wir machen wir machen wir mal wie folgt wie immer nach hause packen die sachen die wir einpflanzen wollen weil ich kann ja noch nicht einpflanzen sagen wir nicht nur ein felder haben habe ich erstmal da oben rein so dass die sagt über anpflanzen wollen und jetzt gucken wir mal was wir viel für weitere felder brauchen dass denn hier so das ist aber interessant wir können runter gehen hier auf ich denke wenig ne wird nicht mehr das hat doch gerade meintes ein bisschen problem problem zu haben kann das sein aber bleibt so oder so bei 30 fps egal wie auch die die sicht weiter ist mein test was los mit dir schon wieder was macht so viel für komische sachen hier so wir brauchen was brauchen wir denn eigentlich erde wir brauchen dschungelholz dann brauchen wir unsere wassereimer was ist ein bisschen was da obwohl ich hüpfen kann man gleich gebrauchen dem wir auf jeden fall braucht doch jetzt wenn wir auch brauchen das auch nicht kann ich wieder zurück klatschen hier ja komm eigentlich alles fürs baum gebrauchen von daher gut wir brauchen das wir brauchen schon holz dann brauchen unsere wassereimer da haben wir aber okay ich glaube wir müssen erstmal unsere beiden großen bäume endlich mal fällen lang ist es her ja es wird zeit das heißt in der nächsten folge ist das erste machen erst mal bäume fällen dann brauchen wir auch noch wasser das heißt die wasser immer mit die erde kann eigentlich beide wege als runter da ist aus wenn er um ein steck ist kann ich jetzt lieber das und das dann ja heißt es nächste folge unsere großen dschungel bäume fällen oder aber drei weiß ich gar nicht mehr bis dann